Die Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Die sportlichen Highlights später mit dir, Katja. Sehr gerne. Schönen guten Abend. Hier sind unsere Themen an diesem Sonntag. Milliardenpoker in der Schweiz. Die größte Bank des Landes soll die angeschlagene Credit Suisse übernehmen. Unterwegs auf besetzten Territorium. Russlands Präsident Putin ist überraschend in die südukrainische Stadt Mariupol gereist. Und hoch hinaus am norwegischen Himmel. Zum ersten Mal überhaupt messen sich Frauen auf einer Skiflugschanze. Je nachdem, wie es ausgeht, könnte sich ein neues großes Bankenbeben anbahnen. Nach der Pleite von US-Banken taumelt jetzt das große Schweizer Geldhaus Credit Suisse, das geschäftlich mit Banken in aller Welt verbunden ist. Entsprechend hätte ein Zusammenbruch ernsthafte Folgen für das internationale Finanzsystem. Im Raum steht jetzt die Übernahme durch den Lokalrivalen UBS. Unter Hochdruck wird in diesen Minuten verhandelt. Eva Schiller. Hektische Krisensitzung ohne Worte. Noch schweigt die Schweiz inklusive Nationalbank-Präsident Thomas Jordan zu den Rettungsplänen für die taumelnde Credit Suisse. Das Land kämpft unter größtem Zeitdruck um sein angesehenes Bankenwesen. Wenn eine Bank dieser Größenordnung in der Schweiz zusammenbricht, hat das für den Finanzplatz Schweiz ganz unvorstellbare Auswirkungen. Das wird man in der Schweiz auf keinen Fall riskieren wollen. Dieser Druck zeigt Wirkung. Medienberichten zufolge ist die UBS widerwillig bereit, die Credit Suisse für mehr als zwei Milliarden Dollar zu kaufen. Letzten Freitag war sie noch über sieben Milliarden wert. Eine neue Schweizer Megabank würde entstehen. Ich glaube, eine Grundregel im Banking heutzutage ist, dass man keine Großfusionen mehr macht. Dass man keine andere Bank übernimmt, von der man nicht weiß, welche Risiken sie denn mitbringt. Aber da sind kaum Alternativen. Letzte Woche rauschte der Aktienkurs der Credit Suisse in den Keller. Die Kunden zogen ihr Kapital ab in Milliardenhöhe. Da stehen zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Und dann ist da weltweit die Sorge vor dem Ansteckungseffekt. Das Scheitern der Credit Suisse ist ein absolutes Desaster für den Finanzplatz Schweiz, für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Aber es ist für das gesamte internationale Bankensystem ein absolut beherrschbarer Vorfall. Bevor die Börsen morgen wieder öffnen, will die Schweiz eine Lösung verkünden. Die Regierung hat für den Abend eine Pressekonferenz anberaumt. Wohl auch, um die internationale Finanzwelt zu beruhigen. Ja, und soeben hören wir, dass die Pressekonferenz der Regierung gleich um 19.30 Uhr beginnen soll. Zum Ukraine-Krieg, der auch ein Krieg der Bilder und Inszenierungen ist. Das russische Staatsfernsehen veröffentlichte heute Material von Präsident Putin, das es so noch nicht gegeben hat. Zum ersten Mal seit dem Angriff besuchte er die besetzten Gebiete, etwa Mariupol. Die Hafenstadt, die im vergangenen Frühjahr nach heftigen Kämpfen schwer zerstört wurde. Nina Niebergal berichtet. Ein Bericht des russischen Staatsfernsehen. Wladimir Putin sei in der Nacht in Mariupol gelandet. Im Schutz der Dunkelheit lässt er sich die Stadt zeigen, die russische Truppen vor einem Jahr in Schutt und Asche gelegt haben. Diese Gegend ist schon wieder gut aufgebaut. Da sind sogar Spielplätze. Ja, genau, Spielplätze. Alles ist sorgfältig orchestriert. Begleitet von kreml-treuen Medien produziert Putin gezielt die Bilder, die die Welt sehen soll. Spricht mit Passanten, die wie zufällig dazukommen. Lässt sich Bilder vom zerstörten Theater zeigen. So sah das Theater aus. Es wurde schon umgebaut. Wir stellen die erste Show für den 15. April auf die Beine. Das Theater in Mariupol war Schauplatz, einer der schlimmsten Verbrechen dieses Krieges. Ukrainer hatten dort Schutz gesucht. Bei einem russischen Luftangriff wurden Hunderte getötet. Die Stadt im Donbass erlebte wochenlang viel Leid und Zerstörung. Gut ein Jahr später nun Putins Besuch. All das ist erstens eine Antwort auf die in der Gesellschaft verwurzelte Vorstellung von Putin als Bunker-Opa, der nirgendwo hingeht, in einem Bunker sitzt und vor allem Angst hat. Und zweitens ist es eine Antwort auf Präsident Zelenskys Reisen an die Front und US-Präsident Bidens Besuch in Kiew. Alles unter Kontrolle. Auch das sollen wohl die Bilder zeigen von der inszenierten Stippvisite bei Nacht. Die Balkanstaaten Serbien und Kosovo sind verfeindet und haben sich bei Verhandlungen jetzt wohl angenähert. Wie sehr? Darüber gab es nach einem Treffen vergangene Nacht unterschiedliche Ansichten. Wir haben einen Deal, sagte der EU-Außenbeauftragte Borel. Ich habe heute nichts unterschrieben, der serbische Präsident Vucic. Zwölf Stunden lang hatten beide Seiten unter Vermittlung von Borel verhandelt. Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an. Beide wollen aber in die EU. Nach Israel. Dort reißen die Proteste gegen die geplante Justizreform der Regierung nicht ab. Wieder sind gestern in Tel Aviv und anderen Städten zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um zu demonstrieren. Den 11. Samstag in Folge. Die Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu will die Befugnisse des höchsten Gerichts begrenzen. Kritiker befürchten die Aufhebung der Gewaltenteilung und sehen die Demokratie in Gefahr. Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen Ecuador und Peru sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte weitere wurden verletzt. Das Beben hatte eine Stärke von 6,8. Es verursachte besonders in Écuadors Städten nahe der Pazifikküste schwere Gebäudeschäden. Zerstört wurden vor allem ältere instabile Häuser in ärmeren Wohngegenden. Mit einem ökumenischen Gottesdienst wurde heute in Hamburg an die Opfer des Amoklaufs bei den Zeugen Jehovas vor anderthalb Wochen erinnert. Man wolle einen Raum zum Trauern und Trost spenden, so die Initiatoren. Die Zeugen Jehovas nahmen an der Trauerfeier nicht teil, würdigten sie aber als Zeichen der Anteilnahme. Ein bewaffneter Mann hat in Hamburg sieben Menschen und sich selbst getötet. Die Erde erwärmt sich noch schneller als befürchtet und die bislang ergriffenen Maßnahmen dagegen reichen bei weitem nicht aus. Das sind die beiden Kernaussagen im neuen Bericht des Weltklimarates, der morgen veröffentlicht wird. Ablesen lässt sich dieser Wettertrend auch am deutschen Winter. Einmal mehr war er deutlich zu warm, aber immerhin im europäischen Vergleich nicht ganz so trocken. Julia Schröter. Andreas Kattler ist Landwirtin Essingen in der Südpfalz. Sein Winterhartweizen wächst gerade ganz gut, dank des Regens der letzten Wochen. Insgesamt aber hätte es etwas mehr sein dürfen. Wir sind mal so weit zufrieden. Nur das trockene Jahr vom letzten Jahr kann der Niederschlag, das was wir jetzt haben, nicht ausgleichen. Besonders trocken war der Februar. Da fiel gar kein Regen. Es war eine Situation wie in der Wüste. Wenn sie mit der Ecke gefahren sind, dann hat sie hinten dran gestaubt. Sie haben keinen Traktor mehr gesehen. Vielen werden von diesem Winter vor allem weiße Schneebänder in grüner Landschaft im Gedächtnis bleiben. Die Schneeschmelze fällt dadurch gering aus. Und so gleicht mancher Gebirgsbach einer Steinwüste. Auch im Rhein zeigen sich schon jetzt große Sandbänke. Es kann ja durchaus sein, dass ein Winter mal kühler ist und dann gibt es aber auch wieder wärmere. Und der Trend ist eher zu wärmeren Wintern. Also man sieht hier durchaus die Erhitzung in Deutschland, die sich weiter fortsetzt, eben auch im Winter. Tiefstwert waren am 18.12. minus 19,3 Grad im Landkreis Bayreuth. Kaum zwei Wochen später an Silvester ein extrem in die andere Richtung. Plus 20,8 Grad in Oberbayern. Wärmer war der Jahreswechsel nie. Bei den Sonnenstunden war der Winter voll im Durchschnitt. Trotzdem, der Frühling darf jetzt kommen. Naja, jedenfalls gibt es noch ordentlich Schnee in Schweden. Und dort waren die Deutschen in der Langlaufstaffel erfolgreich, Katja. Exakt. Im Mix-Wettbewerb in Vorlohn hat das deutsche Team, bestehend aus zwei Frauen und zwei Männern, für das erste deutsche Staffelpodest im Weltcup seit über sechs Jahren gesorgt. Das Quartett landete auf Platz drei. Katharina Hennig, Viktoria Kahl, Anjan Sossau und Albert Kuchler gelingt über die viermal fünf Kilometer eine Überraschung. Vor dem letzten Wechsel Deutschland noch Fünfter, doch dann die starke Schlussläuferin Viktoria Kahl in der Läupe. Auf den letzten Metern sichert die 27-Jährige den deutschen Quartett Rang drei. Etwas mehr als sechs Sekunden schneller die siegreichen Schweden, Norwegen auf Platz zwei. Deutschlands Biathleten blieben im letzten Saisonrennen in Oslo ohne Podestplatz. Und der Bundestrainer Marc Kirchner tritt zurück nach 13 Jahren. Nachfolger werden der bisherige Co-Trainer Urus W. Lepetz und der ehemalige Skilangläufer Jens Filbrich. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin im ersten Sonntagsspiel 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen, ist dadurch auf Platz drei der Tabelle. Und noch zu einer Premiere. Erstmals sind auch die Frauen Ski geflogen. Beim Weltcup in Wieckersund, Norwegen reicht es allerdings für Deutschlands Nummer eins, Katharina Althaus, knapp nicht für einen Podestplatz. Katharina Althaus verpasst in Wieckersund die 200-Meter-Marke, weiß aber um die historische Bedeutung des ersten Frauen-Ski-Fliegens. Wir haben einfach Geschichte geschrieben. Ich glaube, es passiert halt nicht alle Tage. 194 und 190 Meter Platz vier für die siebenmalige Weltmeisterin, die ihre Karriere fortsetzen will. Die Slowenin Emma Klienetz gewinnt und stellt einen Weltrekord auf. 226 Meter, so weit ist noch keine Frau geflogen. Bei den Männern der Österreicher Stefan Kraft ganz oben, Grane Rüth aus Norwegen, sichert sich mit dem zweiten Platz die RAW-R-Gesamtwertung. Bester Deutscher Andreas Wellinger, 13. 226 Meter, hat man Zeit zum Nachdenken. Das ist ein Fliegen. Danke, Katja. Wir schauen noch fix aufs Wetter. Morgen, anfangs im Südosten, Schauer. Am Nachmittag regnet es im Norden leicht, sonst trocken. Mit der meisten Sonne im Südwesten, 11 bis 17 Grad an den Küsten, ist es kühler. Die kommenden Tage werden wechselhaft bei meist 10 bis 19 Grad. Um 21.45 Uhr gibt es das Heute-Journal mit Marietta Slomka. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder und geben jetzt direkt in die Hauptstadt zu. Berlin direkt und Chakunta Labenergi. Berlin direkt und Chakunta Labenergi.